Karl Marx, 1818-1883 Deutscher Philosoph des 19. Jahrhunderts, Nationalökonom und Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus Marx, der eine Zeit lang auch als Journalist tätig war, brachte kritische Gedanken und Feststellungen zu wirtschaftlichen und menschlichen Fragen vor. Marx' wirtschaftswissenschaftliche Arbeit bildete die Grundlage für einen Grossteil des heutigen Verständnisses von Arbeit, der Arbeitskapitalbeziehung und dem darauffolgenden ökonomischen Denken. Er ist einer der Initiatoren der Soziologie und der Sozialwissenschaften. Marx ist einer der beeindruckendsten Figuren der Menschheitsgeschichte. Viele intellektuelle Gewerkschaften und politische Parteien auf der ganzen Welt wurden von seinem Kernwerk unterschiedlich beeinflusst. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte in England eine Entwicklung begonnen, die das Leben der Menschen in kurzer Zeit so grundlegend veränderte, dass man von einer industriellen Revolution spricht. Viele Fabriken wurden gebaut, immer mehr Menschen sogen vom Land in die Städte, die sprunghaft wuchsen. In dieser Umbruchszeit wurde am 5. Mai 1818 im Trier Karl Marx geboren. Über seine Kindheit und Jugend ist wenig bekannt. Aus seiner Zeit als Schüler des Gymnasiums in Trier ist der Abituraufsatz des 17-Jährigen erhalten. Betrachtung eines Jünglings bei der Wahl seines Berufes. Darin erläuterte Max, dass es im Leben nicht darum gehe, eine möglichst hohe Position in der Gesellschaft zu erreichen und den größten Vorteil für sich selbst zu suchen. Das sollte der Jüngling bei der Berufswahl bedanken, schrieb er. Und weiter, wenn er nun für sich schafft, kann er wohl ein berühmter Gelehrter, ein großer Weißer, ein ausgesagneter Dichter, aber nie ein vollendeter, wahrhaft großer Mensch sein. Die Geschichte nannt diejenigen als die größten Männer, die in dem sie für das Allgemeine wirkten, sich selbst vererderten. Von diesen Gedanken des Abiturienten führt ein gerader Weg zu den Gedanken des Philosophen Karl Marx. Er schrieb, die Philosophen haben die Welt nur verschiedenen interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Und er wollte die theoretische Grundlage für die Veränderung liefern, deren Ziel es war, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtertes, ein verlassenes, ein verrechtliches Wesen ist. So ein Wesen ist nach Marx der Arbeiter im Kapitalismus auch proletarier genannt. Hier sei er ein bloßes Zubehör der Maschine, von dem nur der einfachste, eintönigste, am leichten, erlernbare Handgriff verlangt wird. So zum Ding degradiert, vernichtete der Mensch keine sinnvolle, in befriedigende Arbeit und fährte sich selbstfremd. Zweck der Warenproduktion sei nämlich nicht die Bedarfsdeckung der Menschen, sondern das Erzielen eines möglichst hohen Profits. Deshalb müssten die Kosten, also auch die Löhne, möglichst niedrig sein. Die logische Folge sei die Vererlendung des Proletariats. Dadurch wiederum fehle Kaufkraft und es komme zu Überproduktionskrisen. Um das zu beenden, müssen die Kapitalisten enteignet und die Produktionsmittel, also die Fabrikgebäude, Maschinen und Rohstoffe der Allgemeinheit gehören. Dann im Kommunismus wäre die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu Ende und die Arbeiter könnten endlich die Güter herstellen, die zur Befriedigung der Bedürfnisse alle gebraucht würden. Am Ende dieser proletarischen oder sozialistischen Revolution stehe die klassenlose kommunistische Gesellschaft, in der die Menschen nicht für fremdbestimmt seien, sondern getreu dem Motto, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen leben könnten. An der Ausarbeitung dieser Theorie hat auch Marx' Freund Friedrich Engels 1820-1895 mitgewirkt. Ihre Schriften haben lange nachgewirkt und die Welt verändert. Im 20. Jahrhundert entstanden mehrere Staaten, die sich auf den sogenannten Marxismus beriefen. Die Realität in diesen Staaten sah dann allerdings ganz anders aus als die Theorie. Überall gab es nur noch eine Partei und deren führende Funktionäre hatten die Macht im Staat. Freie Meinungsäußern waren nicht möglich. Kritiker wurden in Gefängnisse gesperrt und millionenfach ermordet. Die Warenproduktion der neuen Wirtschaftsform der Planwirtschaft orientierte sich nirgendwo an den Bedürfnissen der Menschen, sondern an den Seelen der Führung. Es wurden riesige Summen in die Rüstung gesteckt, während wichtige Produkte für das tägliche Leben fehlten. So hatte sich das Karl Marx nicht vorgestellt und er wäre bestimmt nicht einverstanden mit dem gewesen, was die Machthaber in den sozialistischen Ländern getan haben. Zitat von Karl Marx Alle Revolutionen haben bisher nur eines bewiesen, nämlich, dass sich vieles ändern lässt, bloß nicht die Menschen. Alle Revolutionen haben bestimmt nicht die Wahrheit oo gemacht, oder wir glauben, wenn sie wieder dokumentieren können. Untertitelung des ZDF, 2020